Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Diese Maßnahme führt nicht nur zu Widerstand innerhalb der ultraorthodoxen Gemeinschaft, sondern entfacht auch landesweite Debatten über die Rolle der Religion und des Militärs in der israelischen Gesellschaft. Hintergrund der Entscheidung Das israelische Militär, die israelischen Verteidigungsstreitkräfte DF, ist eine Pflichtorganisation, in der alle israelischen Staatsbürger, Männer und Frauen ihren Wehrdienst absolvieren müssen. Bisher waren ultraorthodoxe Juden größtenteils von dieser Pflicht befreit, vor allem aufgrund ihres Lebensstils, der dem intensiven Studium der Tora gewidmet ist. Diese Befreiung war jedoch immer wieder Gegenstand politischer Kontroversen. Die neue Regelung zur Einberufung der Charedim wurde bereits 2021 verabschiedet, aber ihre Implementierung verzögerte sich mehrfach. Die Befürworter dieser Entscheidung, darunter auch führende Politiker wie Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, argumentieren, dass die Einberufung der Charedim notwendig sei, um die Lasten des Militärdienstes gerechter auf die gesamte Bevölkerung zu verteilen und die gesellschaftliche Integration zu fördern. Reaktionen der Betroffenen Innerhalb der ultraorthodoxen Gemeinschaft herrscht große Unzufriedenheit und Sorge. Viele Charedim sehen den Militärdienst als Invasion in ihren religiösen Lebensstil und als potenzielle Bedrohung ihrer religiösen Werte. Rabbi Eliezer Schach, einer der prominenten Führer der ultraorthodoxen Gemeinde, äußerte sich vehement gegen die Einberufung und nannte sie eine Verletzung der religiösen Freiheit in Israel. Auch viele junge Charedim sprechen sich gegen die Maßnahme aus. Wir möchten unser Leben der Tora widmen, wie es unsere Tradition verlangt, sagte Moshe Katz, ein 21-jähriger Yeshiva-Schüler aus Jerusalem. Der Militärdienst ist für uns nicht nur eine zeitliche Belastung, sondern eine grundsätzliche Veränderung unseres Lebensstils und unserer Werte. Politische und gesellschaftliche Dimensionen Die Einberufung der Charedim hat auch eine breite politische Debatte entfacht. Linke und säkulare Parteien begrüßen die Entscheidung und betonen, dass damit ein Schritt in Richtung mehr Gleichberechtigung getan wird. Es ist nicht gerecht, dass junge Israelis aus anderen Gemeinschaften ihren Wehrdienst ableisten und möglicherweise ihr Leben riskieren, während die Charedim von dieser Pflicht befreit sind, sagte Yair Lapid, Vorsitzender der Partei Yesh Atid. Religiöse und konservative Parteien hingegen, insbesondere diejenigen, die von der ultraorthodoxen Gemeinschaft unterstützt werden, lehnen die Einberufung ab. Arie Dery, Vorsitzender der ultraorthodoxen Schachspartei, erklärte, Diese Entscheidung wird eine tiefe Spaltung in unserer Gesellschaft verursachen und droht, die fragile Balance zwischen Staat und Religion zu destabilisieren. Internationale Reaktionen Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen in Israel ebenfalls mit Interesse. Vor allem in den Vereinigten Staaten, wo es eine große jüdische Gemeinschaft gibt, wird die Entscheidung kontrovers diskutiert. Danke fürs Zuhören! Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.